Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem YouTube-Kanal. Ich habe hier etwas, was ich persönlich sehr, sehr spannend finde. Und zwar ist das ein Produkt der Firma Blink. Hatte ich hier, glaube ich, noch gar nicht vorgestellt. Haben jetzt auch nicht, also die haben schon viele Smartphone-Produkte, aber nichts, was ich jetzt immer testen würde oder probieren würde. Aber das hier hat mich bei der Amazon-Vorstellung vor ein paar Wochen doch irgendwie, die nachhaltig, sagen wir mal, nicht losgelassen, würde ich mal so sagen. Das ist ein Zusatz für die Blink-Kamera. Die habe ich hier auch tatsächlich, die habe ich mir mal vor Ewigkeiten gekauft, als die mal relativ günstig zu holen war. Und ihr seht hier vielleicht auch daran, wie das hier noch eingepackt ist. Also hier sind noch Folien drauf und die war jetzt nie in Benutzung. Also ich habe die auch meines Wissens nach, also ich kann mich nicht erinnern, nie eingerichtet. Das machen wir dann jetzt einfach mal zusammen und wir gucken mal, was dieser Pentilt-Mount so kann. Was ist das? Das ist ein Fuß für diese Kamera hier. Und ich finde, also die Verpackung ist sehr klein, aber die Kamera, der Kopf ist sehr groß. Also man sieht das ja auch hier, das sieht ja ganz lustig aus. Und dieser Pentilt-Mount, dieser Fuß, der sorgt dafür, dass man die Kamera quasi 360 Grad bewegen kann im Raum per App-Steuerung. Das ist natürlich eigentlich ganz nett. Ja, also als Nachrüstlösung, wenn man eh eine schon hat. Das Ding kostet hier 30 Euro, glaube ich, hat das jetzt gekostet. Ich glaube, zusammenkosten die, kostet das jetzt 60 Euro oder 50 Euro. Sowas in dem Dreh, Link ist in der Videobeschreibung, könnt ihr selber mal nachschauen. Und ja, mich hat halt interessiert, wie gut das wirklich funktioniert, ob das sinnvoll ist. In HomeKit würde das Ganze leider nicht gehen, aber kein HomeKit-Supported ist. Ich könnte das natürlich über Homebridge einfach einbinden per Blink-Plugin. Das gibt es allerdings, können wir uns das eigentlich auch sparen, weil leider, ja, dieses 360-Grad-Ding wird nicht von HomeKit unterstützt werden, so wie wir HomeKit eben kennen. Das ist leider so. Deswegen konzentrieren wir uns mal hier nur auf Blink und auf die Blink-App. Aber wir packen jetzt das hier erstmal aus. So, Folie ist weg und wir gucken mal rein. Ja, okay, der nimmt auch die ganze Packung in Anspruch. Also hier ist der Fuß drin, wir gucken mal, hier ist noch irgendwas. Ist hier noch, ist das hier auch irgendwas? Ne, das war nur so ein Nippel. Können wir also wegpacken. Wir können nochmal ganz kurz gucken auf die Verpackung, aber da steht jetzt nichts Besonderes drauf. Deswegen skippen wir das mal. Wir gucken einmal kurz, was hier drin ist. Und dann haben wir hier nur eine Beschreibung. Brauchen wir jetzt, glaube ich, erstmal nicht. Dann gucken wir mal, was jetzt hier uns erwartet. Okay, machen wir mal die Folie ab. Steht auf jeden Fall gut da, ist relativ gut beschwert. Wird jetzt nicht so mega schwer, aber es, denke ich mal, ist ausreichend. Wie wir hier sehen, kann sich das Ding halt 360 Grad drehen. Das ist ziemlich cool. Und wir haben auch noch diesen Kopf hier, der sich auch bewegen kann dann. Hier wird die Kamera quasi angeschlossen. Wird der Kopf hier drauf gesetzt. Und dann wird das hier wieder mit Strom versorgt. Aber weiterhin auch leider mit Micro-USB. Das fand ich bei der Kamera schon so ein bisschen doof. Jetzt ist die schon ein paar Jahre älter. Dann kann man so ein bisschen drüber wegsehen. Bei sowas Neuem hier hätte ich mir dann aber einfach USB-C gewünscht. Hier unten haben wir so Gummifüße. Und was ich ganz gut finde, auch noch eine Gewindemutter. Das heißt, wenn man das irgendwo auf ein Stativ stellen will oder so, oder auch eine coole Halterung hat, das Ding irgendwo in die Ecke zu stellen oder vielleicht doch irgendwie an die Wand zu machen mit einer Halterung, kann man das hier mit eben machen. So, was wir als erstes machen müssen, ist, wir können jetzt mal diese Kamera von dem bisschen Papier hier befreien. Und jetzt müssen wir die ja zuerst einrichten. Aber das können wir ja auch zusammen machen. Ich denke ja nicht, dass das ewig dauern sollte. Oder wir machen es anders. Wir gucken erst mal ganz kurz in die App. Denn ich musste mich fürhin schon registrieren. Weil das hätte jetzt sonst noch zu lange gedauert, wenn ich das jetzt auch noch hier im Video gemacht hätte. Deswegen schauen wir mal hier in der App. Und zwar kann man hier, ich bleibe euch das natürlich wieder ein, kann man hier, während man auch Produkte natürlich kaufen kann, kann man hier jetzt ein Gerät einrichten. Und jetzt kann man die Kamera einrichten oder man kann direkt die Minikamera mit Schwenk- und Kipphaltung, das ist übrigens der deutsche Name, habe ich mir direkt gespart, mit Schwenk- und Kipphaltung einrichten. Und das machen wir direkt mal. Also wir richten nicht erst die Kamera ein und das, sondern wir richten es mit einem Mal ein. Weil es wird Leute geben, die das im Set kaufen. Und die kriegen das dann wahrscheinlich trotzdem so beides. Also die kriegen jetzt keine zusammengebaute Kamera, sondern zwei Einzelteile, die sie zusammenbauen müssen. Das machen wir jetzt mal. Verbinde deine Schwenk-Gib-Halterung mit deiner Minikamera. Stecke die Micro-USB-Anschluss deiner Schwenk-Gib-Halterung in die Minikamera ein. Okay, jetzt müssen wir erst mal das hier irgendwie abkriegen. Ist das hier so drauf? Oh, es knackt ein bisschen, das hört sich nicht so gut an. Da geht es hier nämlich schon los. Jetzt ist die Frage, wie man das hier abkommt. Ja, man zieht es einfach raus. Okay, gut, das war leicht. Dann machen wir das mal, stecken wir es mal genauso wieder hier drauf. Das macht einmal Klick. Dann ist es ja auch schon fertig, tatsächlich sogar. Das ist also von der Sache her sehr ganz cool. Dann nehmen wir das Kabel und stecken das hier rein. Das ist ja bündig. Das ist Micro-USB. Jetzt ist es drin. Steckt. Haben wir gemacht. So, das war das Erste. Jetzt befestige deine Minikamera an der Schwenk-Gib-Halterung. Achso, das haben wir jetzt schon gemacht. Okay, man hat das Kabel vorher, dann wird man vielleicht ein bisschen leichter. Ist aber egal. Stecke den Micro-USB-Anschluss vom Netzteil in deine Minikamera. Genau, okay. Ich habe jetzt hier das Kabel noch von der Kamera. Das nehme ich jetzt einfach mal. Eines der letzten Micro-USB-Kabel hier noch. Obwohl, ja, ein paar gibt es noch. Ich muss mal kurz Strom machen. So, und das Kabel kommt dann auch wieder bündig hier hinten rein. Ihr seht ja hier, ich habe jetzt die weiße Version. Es gibt aber auch diesen Standfuß in schwarz. So, jetzt seht ihr, fängt die Kamera an zu leuchten. Das ist auch schon mal gut. Jetzt leuchtet sie grün, blau. Wurde deine Minikamera zu deinem Konto hinzugefügt? Ähm, nee. Deswegen sage ich Minikamera zu meinem Konto hinzufügen. Jetzt will er auf meine Kamera zugreifen. Und will wahrscheinlich, dass ich den QR-Code hier hinten drauf scanne. Machen wir mal. Relativ easy, sage ich mal. Äh, nehmen wir mal Blinkmini 360. So, jetzt fragt er, was er macht. Blau blinken und grünes Dauerleuchten. Macht er. Dann sagen wir Gerät suchen. Da will Bluetooth verbinden. Das werden wahrscheinlich gleich mich sehen hier. Wie ich hier sitze. So, Passwort ist drin. Und wir drücken auf Verbinden. Ich bin sehr gespannt. Also, wie gut das mit dieser Steuerung funktioniert. Und wie, ich bin auch sehr gespannt, ob das Ding leise ist. Das wäre schon gut. Ja, dass es dann auch niemanden stört. Aber das könnte ich mir wirklich vorstellen, als, ja, so, wenn man im Urlaub ist oder so, als kleine, äh, weiß ich nicht, so Tierkamera. Gut, im Urlaub, wenn man jetzt dann länger weg ist, hat man wahrscheinlich das Tier irgendwo untergebracht. Aber, wenn man länger weg ist, äh, das muss man ja noch auf Hörbeerupdate machen. Okay, dann müssen wir jetzt durch. Aber wenn man so ein bisschen länger weg ist, äh, oder mal einen Tag länger weg ist, dass man einfach so kurz nach Hause gucken kann, wie es dem Tier geht. Und, äh, das sollte sich ja damit eigentlich machen lassen. Also, 360 Grad und nach vorne und nach hinten. Da wird man das Tier schon finden, je nachdem, wie groß der Raum ist. Aber das kann ich mir tatsächlich sehr, sehr gut vorstellen. Und, äh, einfach so ein bisschen, äh, oh, schaut mal hier. Schaut mal, kalibriert sie sich gerade. Ja, jetzt scheint sie kalibriert zu sein. Cool, sehr cool. Er sagt hier auch, dass es jetzt fertig ist. Ja, Blink-Plus-Abonnummer habe ich jetzt hier kostenlos. Okay, nehme ich mit. Jetzt ist sie deaktiviert. Ich drücke mal auf Aktivieren. Jetzt macht es einmal Klick in der Kamera. Bewegungsbenachrichtigung aussetzen. Okay, habe ich verstanden. Jetzt aktiviert. Okay, okay. Das hat, warum es auch mal geklickt hat. Es sieht hier irgendein sehr komischer Name hier oben. G8 T1, weiß ich nicht, was das ist. Ich habe die doch anders benannt eigentlich. Wir gucken mal auf dem Video-Feed. Aha. Aha. Seht ihr mich? Oder hört man auch? Seht ihr mich? Den Ton. Machen wir jetzt das Mikrofon mal nicht. Machen wir jetzt das Mikrofon mal nicht. So. Äh, genau. Jetzt seht ihr mich, wie ich hier sitze. Und jetzt fangen wir mal an. Zu schwenken. Ach, das ist okay. Das ist gar nicht so uncool. Hat so ein kurz... Obwohl, nee, jetzt geht's. Gerade war so ein kurzer Versatz. Ich kann euch ja die mal hier... Seht ihr euch selber. Also die Kamera seht ihr dann. Äh. Aber so, dass ihr das mal ein bisschen seht. Wenn ich jetzt hier... Ich halte die mal so ein bisschen rüber, dass ich hier das Handybild rüberlegen kann. Und wenn ich jetzt hier hochdrücke, dann bewegt die sich. Das ist cool. Das ist schon nicht schlecht, muss ich sagen. Gefällt mir ganz gut, um echt zu sein. Ähm. Jetzt hängt das Bild ein bisschen. Ja. Das ist dann halt so die Frage der Übertragungsqualität. Wie viel dann eigentlich geht. Und jetzt machen wir mal den Spaß und drehen uns mal einmal. Okay, es hängt schon noch ein Ticken hinterher. Aber gut. Das ist so, wie es ist. Das scheint mal besser, auch mal schlechter zu funktionieren, um ehrlich zu sein. Limit erreicht, sagt der jetzt. Ach, die kann sich gar nicht 360 Grad um sich selber drehen. Dann machen wir mal auf das Haus. Das heißt, der Haus müsste ja wieder Kalibrierung sein, quasi, auf die Standardposition. Ja. Das sieht gut aus. Okay, wir werden da andersrum machen. Also können die sich gar nicht komplett drehen. Ich mache mal kurz ein Stück runter. Doch, nee. Jetzt hört es ja auch auf. Okay, also hier ist es dann quasi wirklich nur die entgegengesetzte Richtung. Also, ja. Das ist natürlich 180 Grad so und 180 Grad so, aber nicht 360 Grad im Vollen. Also gut, das ist dann, muss man vielleicht wissen. Aber wenn man das weiß, dann geht es wahrscheinlich auch. Also dann kann man das ja beachten bei seiner Fahrerei. Aber das ist schon ganz nett. Also gut, die Qualität ist natürlich, ja. Wir gucken mal kurz im Quermodus. Ja, muss ich jetzt irgendwie so darstellen bei euch. Aber das ist ganz cool, weil hier hat man natürlich dann auch diesen, kann man so einen Joystick einblenden lassen. Das ist dann ganz cool, dass du noch ein bisschen mehr siehst. Ich meine, das ist ja auch nicht so der hellste Raum gerade. Ja, dafür geht es. Also, ich mache mal hier. Ja, also so ein bisschen überwachen und so. Sollte das eigentlich ausreichen. Finde ich eigentlich okay. Also, ich finde das eine coole Sache, dass man das für 30 Euro einfach upgraden kann. Wenn man die eh schon hat und irgendwie für innen benutzt hat. Ich weiß nicht, ob viele Leute diese Blinkkamera benutzen. Aber das ist dann schon ganz nett. Und erweitertes Live-Video. Was ist das? Zum erweiterten Live-Video wechseln. Aktiviere bis zu 90 Minuten kontinuierliches Live-Video für Blinkkameras. Verstehe ich jetzt nicht. Okay, ist doch egal. Aber so als Spielerei finde ich es ganz, echt ganz interessant. Und ich werde es auch auf jeden Fall behalten. Ich glaube, das kann man schon nochmal irgendwann gut einsetzen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist das, wenn man nicht da ist? Ist das gut? Ist das schlecht? Funktioniert das? Funktioniert das nicht? Wird sich alles dann irgendwie nochmal zeigen. Ich drehe mal hier nochmal, dass ihr das nochmal seht. Und wie man hier vielleicht hört, es ist auch nicht laut. Also das ist echt okay. Da gibt es fast gar nichts zu hören. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Mal wieder Ausgangsposition hier. Mehr oder weniger. Ja, warum nicht? Also ich finde es ein lustiges Gimmick. Ich hatte noch keine Kamera, die so steuerbar ist. Es gibt ja auch nicht so viele. Ich glaube, Wokulink hat eine und ein paar andere irgendwie noch. Aber so viele eben nicht. Und deswegen ist das so eine... Also wie ihr sagt, vor allem als Art der Upgrade. Wenn ich das dann doch nicht brauche, dann nehme ich die halt ab. Stöpsel die wieder an den Fuß ran, der hier unten auch einen Magneten dran hat. Wo ich die dann irgendwie auch mal kurz irgendwo anders befestigen kann. Klar, gut, Mikro-USB. Ja, das ist jetzt nicht so cool. Aber ja, das ist jetzt halt so. Und deswegen sind die Produkte von Blink ja auch relativ günstig. Das ist das mal ja auch nicht vergessen. Also das funktioniert ja alles auch ganz gut. Und ja, über Homebridge kriegt man das Ding auch in ein Homekit rein. Die Steuerung könnt ihr dann leider nicht benutzen. Aber immerhin, wer das also benutzen möchte, der kann das dann gerne machen. Ach, guck mal, jetzt gibt es hier noch so ein Setup. 360-Grad-Schwenk-Funktion heißt das. Fährt die scheinbar. Fährt sie dann das alleine ab, die ganze Zeit. Da macht sie so eine Alleinfahrt quasi und dreht sich einmal. Das hat scheinbar aber das Signal verloren. Ja, das ist natürlich dann auch so ein bisschen doof, wenn das nicht kontinuierlich gut funktioniert. Da muss man auch leider sagen. Also es braucht schon ein gutes Signal. Das bringt mir auch nichts, wenn ich mit meiner Kamera mich nicht so wirklich verlassen kann am Ende. Das ist halt vielleicht auch ein Problem. Da muss man vielleicht auch sagen, kann ich jetzt so viele Erfahrungswerte noch nicht daraus schöpfen, weil wie gesagt, eben ich die nicht benutzt habe. Aber ich werde im Techpool-Podcast definitiv nochmal drüber sprechen. Ich werde mir das jetzt hier ein paar Wochen anschauen und ein bisschen rumprobieren und ein bisschen Dinge damit machen und einfach mal auch von Weitem benutzen, wenn ich mal irgendwie unterwegs bin. Einfach mal einschalten hier in meinem Office und einfach mal gucken. Einfach mal gucken, wie es ist, wie es funktioniert, ob es überhaupt funktioniert. Und sollte mir da was auffallen oder generell werde ich darüber sprechen, deswegen solltet ihr auf jeden Fall einschalten. Techpool-Podcast auch jede Woche eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Alle Links findet ihr in der Videobeschreibung. Lasst mich doch gerne mal in den Kommentaren wissen, ob ihr auch so Blink-Kameras benutzt, welche Kameras ihr generell für zu Hause verwendet zum Überwachen. Sagt ihr, nur Home-Kid-Kameras kommen mir ins Haus oder Blink oder Ring oder Eufy oder was es eben alles gibt. Das würde mich wirklich interessieren, wenn ihr mir da mal ein kleines Feedback da lasst und mir das mal so ein bisschen erzählt. Dann können wir vielleicht auch in den Kommentaren so ein bisschen weiter darüber noch spekulieren und diskutieren, was es eben noch so alles gibt. Und lasst mich auch wissen, was ihr von solchen Zusatzaccessoires wie dieser Halterung und dieser 360-Grad-Halterung haltet. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Ich danke euch fürs Zusehen, wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns allerspätestens beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht gut, ciao, ciao.